Moin Mädels, Moin Jungs, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sülze. In dieser Woche ist die Gnu leider krank gewesen und das bedeutet, wir spielen weiterhin Stickfight zu viert und wir hauen uns jetzt aufs Maul. Geht los? Alter, da oben? Ja klar, jetzt geht's schon die ganze Zeit los. Digi! Ich bin da tot! So, wie machen wir das jetzt hier, ne? Ich will mal wissen, wie man da oben... Ach so! Das hier! Okay, das bringt nicht viel, Kalle. Aber das! Ich hab mir sehr viel effektiver vorgestellt! Dann nehm ich einfach das hier! Richtig hyped! Ne, Stärzi, lass mal nicht... Doch, vernichtet. So, vernichtet. Der Winkel war nicht ganz... Ei, ei, ei. Muss ich aber neu berechnen. Oh, Leute! Boah! Ich leb noch! Hat gar nicht wehgetan! Oh, Leute! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Alter, wie du mit dem Weg gelesen! Oh, was? Alter, wie auch immer nochmal was Neues irgendwann dazukommt. Das ist so krass. Ah, Amazon im Winter. Weapon. Weapon. Munanio. So, nice one. Hingerichtet. Oh. 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 Ja, ich hab wirklich gewonnen. Ey, was war das? Weird map. Weird map. Wenn du so einbeobachtest und die Sounds dazuhörst, dann ist es aber mega witzig. Die Schlage, nicht in mein Ass. Nein, nein. Oh, no. Ich hab einfach ein Erfolg bekommen. Meine Pose einfach, yeah. Yeah. Oh, no. Oh, no. Ich hätte gern geschenkt. Alter, richtig. Scheiße. Ich hab einfach die ganze Zeit leertaste geslambt. Der König. Ich hab das Gefühl, manchmal kann man gar nicht springen. Leertaste macht gar nichts, oder? Doch, man springt. Ja, auf Wehe, oder? Ach, wehe ist springen. Oh mein Gott. Ich hab mein ganzes Leben war ne Lüge. Ich bringe voll gefetzt. Äh. Na Papo, was gefällt dir denn? Ich hab irgendwie so ne klasse Waffe. Max, willst du kommen? Ich will ja rauchen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich werde es auch probieren. Wie ne Geburt. Wie ne Geburt. So, wer hier runterkommt? Äh, ich hab kein Schaus mehr. Jo, ist grad mega leise geworden. Äh, ein schwarzes Loch! Oh mein Gott! Was? Ich hab ein schwarzes Loch geschossen! Alter, was? Alter, was? Gegenschießen! Gegenschießen! Ich lebe! Ich hab einfach ein schwarzes Loch geschossen. Alter, was? Bei mir ist die Mucke weg. Ja, auf einmal geht die Mucke weg. Oh, Alter, aber präzise! Danke. Er ist so ein Strahl, oder? Das war ein schöner Strahl, Digga. Wie wir beide einfach nie gewesen. Hey Max, lass mal jeder eine Küche nehmen. Okay. Ei, ei, ei. Ich war... Spielstoff. Spielstoff und Pause. Alter, das ist ein richtiger Fight. Oh, nee! Und dann beiß ich die Schlange. Äh, die haben... Die haben... Die spielen aber... Ah, die haben... Oh, shit, die haben mich richtig umhergeschmissen, ey. Die kennen ein bisschen kleiner. Oh, die kennen. Oh. Wird ihm da... Oh. Wie die Schädel der Gewäcke wämpft, Alter. Oh, nochmal. Alter, mit der Rückhand. Der stellt sich richtig am Struggle. Oh. K.O. WP. Das ist halt einfach. Oh, Eis. Eis, Baby. Aua. Ey, Leute, das ist one-hitted. Voila. Wie kann man denn eine Waffe wegschmeißen? F? Ah. Alter, ich hab mich einfach alle bäng, 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 abgeballert. Ja, aber ich hab mich einfach alle bäng, bäng, abgeballert. Oh. Hier, Mail. Ja. Nein. Ich lebe. Woo. Hat er einfach hochgefeuert. Äh. Äh. Ja. Ja, Kali, die sind richtig. Ey, hier. So. Alter. Das ist einfach unterwegs. Mit der M41. Mein. Boah. Richtiger Dropkick, Alter. Alter. Ach so. Oh, ich wollte ihn nicht haben. Was auch, Alter. Komm, eingetreten. Nochmal schön nachgetreten. Wie so die Papiertonne. Oh nein, das wechselt sich gleich, ne? Ich bestelle es ihm nicht mal, das ist egal. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah. Lass das doch mal nehmen. Alter, wie stört sich die ganze Zeit immer wieder in den Kopf schießt. Ja. Phase 1, Shotgun. Juhu. Oh, ich hab das jetzt erst gesehen. Was? Ah. Jetzt kommt dein Tod. Alter. Wie im echten Leben. Hanno ist einfach mein Endboss, Alter. Wir leben, oder? Wir leben. Wir leben. Äh. Äh. Wart mal, er doch. Hä, was? Oh Gott. Alter, Max. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht, Digga. Max ist einfach der Endboss. Du musst ihn bewegen. Spawn-Gedäck nochmal. Wie geil das bitte Stick-Fight. Schwarze Löcher, Boss-Fights. Easy gewonnen, ihr Affen. Digga. Ich werd eh sporten. Main in dem Game. Wer will? Du, ne? Nein. Wer will? Du, oder? Schwierig. Dominating hab ich bekommen. Dominating! Nee. Sterzig, Digga. Das ist unnice. Schillig. Nein, der Christus ballert einfach. Nee. Die Bäume gucken. Oh, 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 oh. Oh, no. Ich dachte, ich kann ja noch schnell das Ding rühren. Ich hatte richtig getunnelt, Alter. Ich dachte, das war so eine dumme Round, Digga. Oh, darf ich mal der Boss sein, bitte? Ja, klar. Okay, danke, Sterzig. Sorry, sorry. Nee, das ist gegeneinander. Stimmt, ich hab einfach die ganze Zeit übergetreten. Ein paar Punkten. Was mach ich? Warte mal, ich bin so ein... Ah, wenig! Komm, geh, Jungs! Ah! Aua, hier ist ein Stacheln, Digga! Oh, Kai, hier. Hä? Aber ich leb irgendwie noch. Hä? Ich bin jetzt gestorben. Ich glaub, du hast dich selbst umgebracht. Bin ich in den Stachel gelaufen? Kann sein. Oh, ich bin tot. Oh, Max! Oh, Max! Die Schlange-Kanonik als Spiel-Fashioner. Ja! Mit der Rückhand. M-16. So, warte mal, was ist hier denn los? Ach, oh, so ein Speere. Oh, das gefällt mir. Ey, Max, nicht so... Oh, Mann, ich wollte doch auf den Altar. Schlitz. Oh, Schlitz. Mit F kannst du werfen, Max. Mit F kannst du werfen. Oh, das ist wieder so ein Boss-Fight-Game. Ja, ja. Okay, Kalle, gönn dir. Ich würd gern mal der Boss sein. Ja, klar. Nein! Och, Mann! Du Assi! Dafür zieht er jetzt auch's Maus. Ah, der haut auch. Alter, was? So. Was ist das für eine kranke Scheiße? Nee. Lieber. Ja, aber der kickt schon, der kickt schon. Ja, komm, wir machen das. Ah! Ich hab's leider nicht, aber... Ich könnte ihn kriegen. Ah! Er will mich jetzt, ne? Ja, die lebt, ja, die lebt. Och, Kalle, zusammen. Ja, ja, mut für Eis mich nicht mehr. Ah! Alter. Kappel. Ah! Okay, es ist da. Du musst ihn noch einmal treffen, oder zweimal. Ja! Wuh! Alter, wie weit am schwitzen sind. Oh, Mann. Wie geil, dieser Modus ist der ganz... Sag mal! Mann hat in dem Gamer für keinen Pause, Alter. Nee. Gibt direkt auf die Fresse, Digga. Oh, ich bin direkt gelohnt. Uh! Oh, lol! Oh! Überbandet! Oh! Digga! Oh! Oh! Nee! 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 Perfekt auch eben diese Transition von diesem Bossfight war und dann auf einmal richtig Gruppenkeiler rein. Jo! Jo! Ja, irgendwie. Juhl, Alter, boxt mich doch nicht, du Affe! Ey, du hast mich angeschossen. Alter, seid ihr dumm. Boah, was? Disco, Junge, Disco! Ich kann gar nichts machen, ich kann mich nicht bewegen. Ja, du bist auch tot. Achso. Weil der Papo dich getötet hat, glaub ich. Nee, nee, ihr habt mich einfach zusammengeschlagen. Also ich hab... Wir haben uns gerade gegenseitig getötet. Ja, das kann sein. Ich hab auch Papo was mit der einzigen Waffe und ihr habt mich gekillt. Ich dachte, mir war die Map falsch angezeigt. Ich hab mal richtig. Die Map falsch. Die Map falsch einfach. Oh, moin. Der Sterzig ist einfach tot. Oh, oi, Mensch. Jetzt willst du erst aus, Digga. Bist du sicher, Digga? Ich komm hier nicht hoch. Oh, Heno. Entspannte Runde. So. Entspannte Runde, Digga. So. So. Au, 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 aua. Egal, ich krieg das. Nochmal kurz in Deckung. So, jetzt aber. Oh, oh, shit. Oh, wieder nach oben. Ich wäre... Ja, ich war so ins Maul, Digga. Aua, tschüss dich, Aua. Egal, was... Jesus, Gabe, ich bin so dumm, Alter. Ich hab's redet in den Augen. Ich schlau. Geh mir hier. Ist entspannte Runde. Äh, entspannte Runde. Äh, wäre... Äh, 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 äh. Ah, Laser! Ah! Loll! Ich bin stuck, ey! Ah! Oh, nein, nee, lass mich in Ruhe. Oh, Alter. Hab ich da runtergefüllen, als ich... Äh, 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 äh. 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 Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Nee! Nee! Komm doch! Ah, nein! Ah, nein! Yes! Ja! 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 Ich hab dich zu ihm geworfen und dann geboxt. Das war Disrespect! Amazoooon! Amazon! Ah! Alter! Du hast so deinen Schädel zerbrümmert. Boah! Alter! I wanna know! Ja! Diese Amazon Maps sind einfach die Besten. Das sind die Besten, ja. Ja. Du hast mich lang genug gepiesert. Alter! Oh ja! Alter! Bück dich! Bück dich! Ah! Oh! Was? Exekutiert, ey. Aber ich würde sagen, das ist die letzte Runde für die Folge, Leute. Wer gewinnt, ist der King in dem Ding, Alter. Nein! Nein! Okay! Was soll das? Zehnt nicht! Timeout! Gelbe, rote Karte! Verstärzig! Papo! Hey! Oh nein! Okay, das ist jetzt wirklich die letzte. Nein! Also, das war's mit Snickfein für diese Woche. Bei mir. Äh, es geht noch weiter. Entweder bei Papo, wenn ich jetzt den Gnu-Spot genommen hab. Ansonsten, äh, sehen wir uns nächste Woche bei Heno wieder. Werd ihr ja sehen, wie es jetzt läuft. Tschüssi Kowski, adieu! Und bis bald, ne? Tschüss! Aber da ö Bertrandos. Un L pir wort, ne? Semino, ja! Du bist beim Simchern aber. Ne? Sehr schön. Komm ensern, wie? Dema noch mal der Karte? Genio, um Ende. Ciao,� am mich heute dort während Im Truder. Wie geht los?